So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und wie versprochen, das letzte Mal habe ich gesagt, wir machen ein Shellchump Tutorial Level von Grand Pooh Bear und das ist dieses hier. Ich bin sehr gespannt, ich habe es schon gesehen als Video. Insofern, yo. So, gucken wir mal, was da los ist. Puh, haben schon ein paar Leute gespielt, ne? Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ich möchte vor allem eigentlich ganz gerne am Schluss hinkommen, weil da gibt es einen Double Shellchump. Ich möchte ihn einmal ausprobieren. Jetzt wüsste ich gerne, ob ich den hier auch hinkriege. Das wüsste ich sehr gerne. Problem, ich habe keine Save-States. Das heißt, ich muss immer wieder natürlich von vorne starten. Toll. Er hat hier so Flächen hingesetzt, die Anzeigen. Hier muss man loslassen und dann klappt der Shellchump. Allerdings, muss ich sagen, ich habe es ja gerade selber schon mit dem einen oder anderen Level gemacht. Deswegen denke ich... Na, ich werde versuchen, darauf zu achten. Vielleicht ist es schlauer. Ja, moin. Hallo? Hi. Ah, so klappt es irgendwie nicht. Ne, also ich glaube, ich vertraue mal lieber eher auf mich. Haben ja gerade auch hingekriegt, den Shellchump, ne? Mit dem... Kann ja nicht sein, dass ich jetzt so doof dafür bin. Dankeschön. Problem sind halt die Sachen, die jetzt kommen. Die kriege ich erst recht wahrscheinlich nicht hin. Ja. Rieb. Ne. Muss ich da noch schneller sein? Huch. Nicht runterfallen, das wäre blöd. Ah. Da ist es ja Quatsch. Das habe ich selber gemerkt. Ach, der fährt da nicht unten entlang. Der fällt da einfach durch. Ah, okay. Ah, verstanden. Da muss ich später loslassen. Das war schon besser, glaube ich. Ja, solange ich das Ding mir abschieße, treffe ich mich ja schon fast selber. Und das ist ja dann schon nah am Shellchump dran. Sehe ich das richtig, was ich da sage? Yes. Nice. So, der ist jetzt komisch. Das ist jetzt so ein... Oh, nice. Oh, yes. So. Mit Waypoint. Den musste man irgendwie droppen. Ja, genau so. Verdammt. Okay. Nein. Das tue ich. Nein. Aber der geht, der geht, der geht. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Sehr gut. Äh, ja dann halt nicht. Hä? 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 Hä, wer hat das gerade gemacht? Hä? Hä? Was habe ich jetzt gerade anders gemacht die ganze Zeit? Hä? Hä? Welche Tasten habe ich denn gerade nicht gedrückt, die ich jetzt gedrückt habe? Oder umgekehrt? Hä? Hä? Das ist aber was, was ich ganz merkwürdig finde, wenn... Jetzt. Nice. Okay. So, der ist jetzt interessant. Der ist jetzt nämlich neu. Der funktioniert nur, weil es so eine Ledge hier ist. Das heißt, im normalen Essenweg, glaube ich, gäbe es den gar nicht. Weil man da irgendwie die Shell dann so an der Ecke mitnimmt und dann noch kurz an sie drauf springt am Ende. Ja, so nämlich, ne? Das ist auch ganz interessant. Ah, mir kommt eine Sache hier. Ah, das reicht noch nicht. Das war schon Shelljump, aber zu spät. Zu bald. Okay. Haut noch nicht so in, wie ich das möchte. Ich weiß halt nicht, ob ich schnell sein muss. Da bin ich mir gerade unschlüssig. Oh, das war nah dran. Okay. Ah, ich glaube, wir kommen der Sache näher. Ach ja. Jetzt kam der mit dem Greifer. Oh. Ähm. Lol. Könnte man die anderen auch schon reingehen? Das arme Yoshi. Null. Okay, alles klar. Wir sind tatsächlich beim Double Shelljump angekommen. Oh mein Gott. Okay. Nice. Das wird echt interessant. Aber das ist das, was ich versuchen wollte. Naja, so kriege ich die halt sofort. Ja, das kriegen wir hin. Nein. Oh. Ja. Ich darf jetzt nur nicht Neustart drücken. Nein. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Nein, da war es fast. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Sag mal, zwei bis drei Minuten, dann habe ich den. So zuversichtlich bin ich jetzt einfach mal. Nice. Ich hasse dich. Ich habe das... Das habe ich im Video nicht gesehen. Ich habe beim Double Shelljump ausgemacht. Oh mein Gott. Aber nice. Nochmal. Okay. Okay, so jetzt. Ist da noch einer? Nein. Oh, du bist so ein verdammter Troll, Mann. Sehr schön. Absolut toll. Großartiges Level. Ich will Kommentare lesen. Ich will Kommentare lesen, nicht selber kommentieren. 598. Oh, gab es am Anfang keine Checkpoints? Oh. Interessant. Aber, hä? Wait, vor einer Minute? Es gibt doch Checkpoints. Hä? Okay. Der Kaiserblock am Ende ist großartig. First Time Player. Last Trick took 7 hours. Was? Wow. Hihihi. Ja, der Kaiserblock war super. Ah, der Double Shelljump ist halt nicht das Problem. Sehr gut. Sehr schön. Das ging schneller, als ich dachte. Jetzt haben wir 10 Minuten. Dann. Ähm. Ja, komm. Dann machen wir einfach noch was Sinnvolles und machen noch ein bisschen Abenteuermodus. Ne? Das kann man jederzeit beenden. Das dürfte nicht irgendwas jetzt sein, wo ich 20 Minuten lang an einem Level hänge. Das dürfte passen. Haben wir in irgendeine Richtung irgendwas Neues? Ne, ne? Dafür fehlt uns lauter Duft. Das kriegen wir wahrscheinlich, wenn die Stockwerke fertig sind. Die Richtung ist auch nix, ne? Ne, auch das... Oh! Ja. Alles klar, heißer Regen. Let's go. Wir siegen mindestens 7 Hotheads. Alles klar, machen wir. Machen wir. Ja. Ja, gut. Ist jetzt vielleicht problematisch. Kriege ich denn 9? Und zählen die dann... Ah, die zählen dann weiter. Okay, alles klar. Das war nicht so gut. Aber der wird verstanden. Coole Idee. Oh, warte mal. Ich bin schlau. Ich bin smart. Pass auf. Wir nehmen noch eins mit. Und schmeißen das Ding einfach ins Gesicht. Also, die haben kein Gesicht, aber... Wenn sie eins hätten, wird wir sie ihnen ins Gesicht schmeißen. Äh. Das war nicht, was ich wollte. Das, äh... War wirklich nicht, was ich wollte. Ähm. Dann machen wir es vielleicht doch so. Einer noch. Tschüss. Nice. Sehr schön. Jetzt macht er mir die Blöcke weg. Okay. Habe ich nichts dagegen. Kommen wir ja doch in der Richtung schon weiter. Okay. Radieren. Äh. Äh. Das war sowohl worttechnisch als auch von der Animation her in dem Zusammenhang. Bisschen falsch. Oh, nice. Bevor ich dann in die Röhre gehe, setze ich erstmal die nächsten Dinger fort. Wobei, ja, wahrscheinlich kosten die 500. Pass auf. Ich sehe das schon kommen. Die werden 500 kosten. Ah. Kommt schon. Macht mich nicht traurig. Hä? Ich kann nichts machen. Okay. Ah, ich musste jetzt... Okay. Dann gehen wir doch erst in die Röhre. Oder ist... Ah, ich weiß es nicht. Haben die jetzt Einzelaufträge oder sowas? Was mit dir? Ach so. Ach so. Okay, der hat auch einen Auftrag. Das heißt, das finde ich dann... Dann hole ich mal kurz die drei Aufträge hier. Alles klar, ja. Okay, alles klar, verstanden. Dann haben wir drei Arbeiten, drei, drei, die aber nicht den Bau selber weiterbringen, sondern dafür sorgen, dass die wieder arbeiten. Dann kann ich trotzdem erst in die Röhre gehen. Äh? Der hat auch noch was. Oh, da geht das auch noch weg. Okay, dann machen wir erst mal das. Mindestens 15 Stachis. Alles klar. Let's go. Das machen wir. Ach, die besiege ich da oben, oder was? Ach so. Ah. Verstanden. Das wird ja nicht so lustig. Müssen die... Wenn die runterfallen, reicht das nicht, ne? Ach, du Schande. Okay. Das ist reichzeitlich, aber... Nice. Nice. We did it. Yay. Okay. Also Radierer will immer welche Gegner erledigt haben. Alles klar. Na, dann mach mal mit komischer Animationen die Dinger da weg. Das ist... Das ist... Das ist ja danach auch noch erschöpft. Ich... Ich hab dafür keine Worte. Jetzt gehen wir erst mal in die Röhre. Ah ja. Ja. Darien. Mauritius. Ja, dann auf geht's. Ich baue auch auf mich. Ich baue auch auf mich. Okay. Okay. Katze? Keine Katze. Okay. 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 Katze? Hätte ich denn bedingt, hab ich den eigentlich gar nicht gebraucht, oder was? Die Röhre da ist fake. Okay. Äh. Ah. Nein, der wäre eine Mütze. Egal. Dann haben wir die Mütze zwei noch nicht. Ist okay. Ja, dann baue mal. Ach so. Ah. Das mache ich. Und das hat noch was. Okay. Auf geht's. Guck mal in den Keller. Woho. Hm. Ah. 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 Ah ja. Oh, da fällt man... Ah, nee, da muss ich jetzt schnell hoch. Dann komm ich an die Mütze ran. Nice. Der Keller ist ziemlich gefahrlos, kann das sein? Ah. Soviel dazu. Aha. Aha. So gibt's gute Münzen auf jeden Fall. Da unten ist ein Block. Oh. Aber da komm ich ja nicht so oft ran. Okay. Achso. Ja gut, dann war's das. Okay. Äh, interessantes Level. Es war dunkel. Aber es geht uns ja um die Belohnung. Plopp. Was macht denn noch ohne Blocken, ja? Okay. Hast du noch was für mich? Du hast noch was für mich. Einen letzten Auftrag, okay. Ja, auf geht's. Oh, da gibt's ein T-Shirt für. Ja, los geht's. Na komm, fahr zurück. Oh, ich mag die Musik. Oh, nur Ansprung. Oh. Achso. Ich hab jetzt gedacht, ich muss einen Ansprung machen. Dem war nicht so. Hätt's mir auch denken können, aber... Nein. Hm. 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 Ich hab jetzt mir halt echt denken können. Nee, ich will eigentlich die Coins gar nicht holen. Überdurchkommen. Oh boy. Das gefällt mir... Oh no. Überhaupt nicht. Wie mach ich das denn? Äh... Okay. Alter! Gehst du mir auf den Keks mit dem Quatsch? Boah, kann man das irgendwie deaktivieren? Man muss doch diesen Quatsch irgendwie deaktivieren können mit den Elementen da unten. Das geht mir so auf die Nerven, ne? Es ist hier einfach nichts. Ich kann es nicht deaktivieren. Ich hab zweimal sterben und schon kommt die Putsch hier an. Dumme Nuss. Zeig. Ich hab'n Schmuck. Ich hab'n Schmuck. So. Aber wie geht jetzt das hier? So auch nicht. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Aber ich würde halt das gerne auch ausblenden, dieses blöde Symbol da unten. Na, das ist halt so der Quatsch. Man müsste es halt ausblenden können. Also, Idee ist, ich lasse den einen vorbei fallen. Ja, genau so. Und da kommt natürlich der Betrömer. Oh mein Gott. Das ist halt mein Ernst. Ah, die hätte ich mir anders. Ja, egal. Okay. Jetzt wird es kritisch mit dem letzten Leben. Jetzt, wo wir es verstanden haben, ist das echt ungünstig. An die Münzen komme ich nicht an. Nee, ist mir zu kritisch. Okay, jetzt kann ich wieder da drauf. Alles klar. Oh boy. Okay. Wäre da oben was gewesen? Da war irgendwo eine Nücke. Okay, ich gehe jetzt ganz, ganz vorsichtig hier durch. Sagte er und verhaut es fast. Oh mein Gott. Uh. Ganz vorsichtig, ja. So viel dazu. Das Mauritius-Hemd. Jetzt haben wir aber alles, ja? Sehr gut. Tschüss. Du noch was? Du hast noch was. Ja, okay. Also alle haben wahrscheinlich immer drei Missionen. Alle Zusatzkollegen. Pompom allein zu Hause. Ja, los geht's. Besiege alle Pompoms. Einen. Gut. Hauen wir Pompom auf die Mütze. Hat die eine Mütze auf? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die hat keine Mütze auf. Ist das eine Mütze? Nein, ist keine Mütze. Hört. Null. Die fies die am meisten einfach. Runterhaut. Mich mit. Na, auf geht's. Ja, da ist sie gleich weg. Ich muss das noch mehr besser orientieren. Ich mach hier nur Quatsch. Alter. Jetzt zeigt's den Quatsch halt schon wieder an. Boah, das riecht mich auf. Das ist doch nicht normal. Oh, das geht weg. Gut. Lass mich da rein. Dankeschön. Shish. Alles klar. So, was krieg ich von dir? Ich leute ein Radiershirt wahrscheinlich. Und Radierer drauf. Äh, natürlich. Nee, danke. Aber Geld. So, was ist in der Richtung? Geld. Und der geheime Block deiner roten Blume, den wir da unten freigeschaltet haben. Alles klar. Achso. Ja. Coins. Guck mal, da ist denn der nächste Kollege, von dem wir Aufträge bekommen, ja? Ja. Okay, im Moment nicht. Genau, weil... Es war jetzt eh schon blöd, dass ich die Blockaufträge gemacht habe, weil wenn, dann will ich die Aufträge dann machen, wenn wir gerade, ne, sammeln. An Zeug. Und das tun wir gerade nicht. Im Moment muss ich mich eigentlich um die Aufträge von den Bauarbeitern kümmern. Oh, das gibt Coins. Oh. Noch einen machen wir jetzt und dann... Halt mal auf. Alles klar? Gut. 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 Und wenn ich jetzt getroffen hätte, ist der weg, oder wie? Wird er geschützt, wenn ich groß bin? Oder kann der auch groß werden? Nein, kann er nicht. Ah, verstanden. Das ist wie in... Wie wenn's ein Multiplayer wäre. Kommt jetzt nochmal? Nein. Ja dann, easy. Oh yeah, Mario-Time! Sehr gut. Mieb. So, er ist jetzt wieder bereit zu bauen, ja? Ah, muss ich mit ihr machen. Okay. Ach, und guck mal, da kriege ich jetzt jedes Mal Münzen. Das ist ja cool. Ich nehme jetzt jedes Mal einfach Münzen. Was mit dir? Ah, verstehe. So, wie viel kostet das jetzt? Oh, können wir uns eh nicht leisten. Wir müssen das sowieso erst... Okay. Und hier geht im Moment eh nix noch. Gut, alles klar. Dann sind also trotzdem die zwei anderen Toads erstmal dran, bevor es hier weitergeht. Und das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.